Also ich habe ja Probe gearbeitet für meine FSJ-Stelle und da war die Mitarbeiterfreundlichkeit oder Familienfreundlichkeit insofern gegeben, dass ich mich sofort total zu Hause gefühlt habe, als ich dort angekommen bin, sofort begrüßt wurde, mit Vornamen gleich vorgestellt, dass man gleich per Du war und auch sofort Verantwortung auch übergeben wurde, aber angemessen, also nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert, dass ich gleich zu Hause angekommen bin sozusagen.